Komm! Komm her! Komm, das ist doch deine Torte! Hanna! Äh, Kira! Kira, komm! Kiri, komm her! Ja, das ist deine! Das ist deine Torte! Ja, fein! Oh, fein machst du das! Oma Kira wird 13! Schau, deine Torte! Und auch herzliche Grüße an Bahari! Ja, schau mal! So fein! Gleich schneiden wir sie an, ne? Ist das schön? Ist das schön, mein Hasenerz? Ja! Die ist gut! Hast du alles? Ich habe ja die Korte eigentlich gesteckt. Ich habe schon Hunger. Für mich ist es für mich. Warum ist das eine Gutes für mich sehr? Ja, du mein Hasenerz! Ja, du mein Hasenerz! Für mich ist es das größte Stück. Guck, aber wer braucht das nicht, ne? Das ist doch gesunde Sache! So festes Rindfleisch! Ja, Kira, du bist schon ganz aufgeregt! So festes Rindfleisch! Das war ein altes Rind! Das war ein altes Rind! Jetzt machen wir ein Pro! Heute kriege ich dir aber ein großes Stück! Das war ein ganzes Schuss! Toch aus der Na, nicht umhüpfen, hinsetzen. Auf die Ohmischung setzen sich. Und da ist es für dich. Happy Birthday to you. 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 Vielen Dank.